Das ist so komisch, so ein Pferd. Also du setzt dich jetzt mal rauf. Und wo kann ich heulen? Setz dich mal rauf. Setz dich mal rauf. Aber da hört es mir auch weh. Setz dich mal rauf! Setz dich mal rauf! So. Und wo halte ich mich? Bleib gerade sitzen. Nein, Helly, bleib mal so. Nein! Und jetzt mach mal so. Und du musst gerade sitzen. Nein, mach nicht. Kein Krummrücken, komm. Ja, nicht. Helly, du darfst du nicht. Das Pferd macht die nicht. Und jetzt probiere ich einfach so zu machen. Langsamer! 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 Geht zumal, dass du mal gehen kannst? Warte! Ich muss auch dabei sein... Habt man mich gesehen? Ich kann ihn mal stoppen! Helly, geh weiter! Ich geh mal da drüber, ich mach nicht drüber gehen! Ich mach es nicht! Helly, ich hole beauty in den Alfie! Kann er mal langsamer gehen? Er kann nicht langsamer gehen! Der kriegt nicht so schnell mit den Schnecken! Oh mein Gott! Kannst du wieder fressen? Kannst du besser? Ja, jetzt guck dich auf! Kannst du wieder fressen? Ich kann das nicht! Unverwegt! Jetzt, 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 jetzt! Mach! Schnell! Mach jetzt! Und da haut sie runter! Mach! Mach jetzt! Damals haben wir gehen ja nicht! Nein! Wann kommt sie in den Helm? Mach jetzt einmal, Alter! Wann holst du einen Helm? Ich hab keinen Helm! So weit, dann reiht Helm auf! Wann ich sowas mach? Und warum wird sowas? Wann? Ah! Hilf mir! Halt mich fest! Hilf mir! Hilf mir! Wir haben ihn wieder fest! Nein! Ja! Kann ich wieder auf? Kann ich wieder auf? Kann ich wieder auf? Geweilt! Kann ich wieder auf? Nein! Des bewegt! Des war mit Pferden! Des war mit Pferden! Des war mit Pferden! Das war mit Pferden! Der will wieder auf eh! Du bist eben zu schwer, er geht nicht vorwärts. Das ist immer zu viel! Hör frei, bleib stehen! Hier oben sitzt er richtig oben eigentlich. Nein. Er liegt irgendwie oben. Warum liegt er oben? Wenn er da muss. Ja, das muss ich jetzt noch herausfinden. Bitte, Hülmer. Hup einfach oben. Wie geht das? Du hast irgendwie einen Fuss um mich und dann Hup runter. Fuck! Hüffler! Hüffler! Schau mal weg. Das ist schnell danach das Foto. Vorstellst du mir? Ja. Ja. Ich schaff's nicht. Komm wieder runter. Schwing dich einfach runter wie beim... Ja, nein. Schwing dich einfach runter. Ich schaff's nicht. Schwing dich runter. Ja, und jetzt Hup runter. Ach Gott, ich hab zusammen. Hey, du kennst, kann ich das auch? Zeig ihr. Das hast du. Und jetzt zeigen wir dir das Ganze. Wie macht man das, wenn du ihn aushebst? Warte! Das tut weh. Aber wo soll ich das? Ah! 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 Ah ja, das tut so weh. 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 Und wenn ihr euch gehört, könnt ihr ein Like da lassen und unseren Kanal hier abonnieren. Hier kommt ihr zu unserem letzten Video und hier kommt ihr zu Traumativer Nick.